Oh Leute, jetzt sind wir wieder bei James Bond 007 Bloodstone. Bloodstone 007, wie man's nimmt. Oh, Gegner. Zack, alle im Nahkampf niedergeschlagen. Den auch. So gefällt mir das Spiel, so boah, richtig. Und dann auch volle Munition mit meiner Lieblingswaffe, der MP5. So viele Waffen gibt es in dem Spiel und auch wieder nicht. Hauptwaffen vielleicht 6. Oder 7, 8, keine Ahnung. Es ist mir jedenfalls egal, wie viele Waffen es gibt. Das Spiel ist geil, es ist Tatsache. Können die Hater sagen, was sie wollen. Das Spiel ist geil. Das haben schon viele in Kommis, auch per Post sogar schon, mir bestätigt. Das Spiel ist einfach geil. Wenn die Hater dann andere Meinungen haben, vielleicht sind es auch keine Hater. Und meine, dass ich mir sagen muss, dass ich Scheiße finden, dann sollen sie es bitte auch begründen. Denn sonst gehen sie mir am Arsch vorbei. Und dann kann ich dir auch look hier. Ja, er erreicht damit ja nichts. Nee, nee, das wäre jetzt nichts irgendwie gegen... Da ist das hier, dass ich gegen Leute, dass das Spiel nicht möge, das war nur eher so ein Drücker Weg der Hater. Da gibt es einfach zu viel Spaß, die das machen. Okay, doch es gibt es mehr, mindestens acht Wochen, schätzt sich. Keine Ahnung. Wenn ihr Fragen oder so, oder Fragen oder Tipps zu dem Spiel habt, wenn ihr Tipps haben wollt oder Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne stellen, am besten in den Kommentaren. Die Post habe ich natürlich auch nichts dagegen. Und, ja... Welche Richtung sollen wir gehen hier lang? Zack. Alles in der Prozessung. Dieser Kontrollraum steuert die Kernsysteme der Raffinerie. Greifen Sie auf das zentrale Schaltpult zu, dann mache ich eine Diagnose. Dieses Spiel ist echt hammergeil. Ich habe jetzt hier eigentlich heute, glaube ich, schon bald wieder fünf Parts aufgenommen. Das ist am Stück. Ich kann das so oft durchspielen. Keine Ahnung. Ich habe das in einem Tag durchgespielt. Das wird nicht langer. Wenn Sie mit einer Überlastung der Kühl- und Abluftsysteme eine katastrophale Kettenreaktion auslösen. Suchen Sie die Überbrückungsventile 007. Sie müssen diese Biowaffen zerstören. Bald zocke ich das Game auch mal im Mehrspielermodus. Vielleicht mache ich da auch ein paar Lads-Plays. Zum Multiplayer. So. Hier mal weiter. Durchziehe hier. Die Tür sollte automatisch aufgehen. So, hier müssen wir ganz kurz... What the fuck. Beseitigen, weil... Das waren wir jetzt doch zu knapp, den im Fernkampf zu besiegen. So. Nein, 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 nein. Okay. Okay, zack, nachladen. So. Wie sieht es aus mit dem Smartphone, wir müssen hier nicht alles kaputt machen. Das wäre ein bisschen nervig. So viele Sachen wie hier sind. Nicht alles extra hochjagen. Bond, Sie sind auf dem Weg zur Kühlstation. Wenn Sie sie lahmlegen, ist die Raffinerie-Geschichte. Was war das? Du, Teele! Ich hab mich schon gewundert. Ich dachte, die Szene gerade ist doch noch nicht vorbei. Tatsächlich, es geht in einem anderen Raum so ähnlich noch weiter. Also, mit diesen Kästen und Gegnern und so. So. Ist das schon kaputt? Ja. So, leider. Ich brauche Versteckung! Zack. Trotz, dass er... Er war zur Entdeckung, aber wir haben ihn trotzdem gepackt, weil er leider... Weil wir leider noch Fokus hatten. Für ihn leider, für uns gut. Natürlich. So. Hier sind auch noch Gegner. Weil die versuchen wir erstmal zu ignorieren. Denn es geht schon weiter hier. Zack. Bald kommt eine Stelle, zu der mir viele Leute schon Fragen gestellt haben. Ah, nee, die... Ach so, doch. Zu dieser Stelle habe ich auch schon mal Fragen bekommen, wie ich die geregelt habe. Nee, das ist sie noch nicht. Aber es gibt noch ein paar Stellen, da habe ich schon Fragen bekommen. Die Kühlhose sind geplatzt. Raus da! Aber hier kommt gleich... Das ist auch eine schöne Stelle. Hier kommt gleich immer mal Gegner auf dem Weg. Und es ist Nebel. Wir sehen es nicht richtig. Aber wir sehen ja, dass die auf uns zieht. Oder so sehen wir es auch. Zack. Mit den Atmungsmasken. Und wir müssen hier so schnell wie möglich durchstehen. Diese Stelle macht auch ordentlich Spaß. Aber die ist leider nicht gleich schon vorbei. Seitdem wir sterben. Was wollen wir aber ja nicht. So. Jetzt haben wir erstmal wieder genug Leben. Da ist auch der nächste Gegner. Zack. Ich weiß. Nächster Gegner. Und das auch schon wieder ein nächster. Noch ein geiler. Aus Glas gesprungen. Der gute Bond. Und damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Tschau Leute. Abonniert mich. Kommentiert mich. Gebt mir ein Like. Favorisiert mich. Und so weiter. Und schau Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Ciao.